So, hallo, wir machen weiter. Beim Super Mario Maker 2 das letzte Mal haben wir die Empfehlungen von Aggresso gespielt, wo coole Level dabei waren. Und jetzt spielen wir wieder mal einen Endlos-Modus. Und ja, gucken mal, was uns da erwartet. Also natürlich Super-Expert. Denn ich möchte meine 3 verbessern. Das gibt's doch nicht, dass ich die nicht verbessert kriege. Okay, also wir haben nicht unendlich viel Zeit, aber wir haben Zeit. Aber wir haben auch eine Röhre, die uns an den Anfang zurückführt. Ist das hier ein Troll-Level? It's not a Troll-Level unless you can stand back to the beginning. Sieht nicht wie Troll-Level aus. Aber es gibt Röhren, die immer weiter zurückführen. Oh, oh Junge. Das war nicht knapp oder so. Nein, nein. So, die Münzen da... Hätte ich mir holen können. Die scheinen gratis zu sein. Aber vielleicht kommt man da nicht mehr so gut zurück. Ich weiß es nicht. Ich trau mich nicht. Okay. Jetzt haben wir eine Snake, die zum Glück langsam ist. Das heißt, sie kann mich nicht so gut verarschen. Ich muss kurz da rüber gucken. Irgendwann muss ich rüber wahrscheinlich. Wahrscheinlich geht die nicht unendlich lange. Ich gehe jetzt rüber. Wird mir zu risky. Okay, da kommt bestimmt ein Swamp. Vorsichtig. Ja, da könnte einer kommen. Auf jeden Fall kann ich da nicht hin. Ach nee, da kann ich nur raus. Hier unten kann ich rumlaufen. Das heißt, ich kann den antriggern. Das heißt, ich kann den antriggern. Das heißt, ich kann den antriggern. Kann ich nicht. Hä, wie mache ich da... Ich geht, wie mache ich das denn? Oh, ich glaube, wir werden das ganze Level nur dieses Video sehen. Äh, andersrum. Das ganze Video nur dieses Level. Dann können wir uns jetzt aber auch kurz die Münzen da oben gönnen. Wenn ich eh wieder da hoch muss. Ich wüsste nicht, warum ich mir die nicht gönnen kann. Ah nee, das ist schon... Geht ganz schön knapp. Nee, das... Kann ich dann überhaupt? Ach nee. Ich wette eh noch öfter sterben. Dann können wir uns auch da noch überlegen, ob wir die Münzen holen. Aber jetzt... Nein, jetzt muss ich den... Oh, kann ich nicht einfach direkt? Ja, okay. Ich kann dann einen Zug durch. Das ist schon mal gut zu wissen. Aber es gibt so viele Röhren, die mich zurückführen. Das will mir überhaupt nicht gefallen. Ah, so trigger ich den an. Voll gut. Daran habe ich nicht gedacht, dass das geht. Okay, das ergibt Sinn. Nee, ich wollte nicht... Ich wollte diesen Dreh rüber machen. Jetzt hat er einen Drehsprung angesetzt dadurch. Das wollte ich nicht. Aber ich sehe es kommen, ne? Wir werden... Stück für Stück wieder zurückgesetzt. Oh, aber... Oh, das wird doch dumm. Wie viele Röhren soll ich denn aus... Warte, gibt der Level hin... Ja. Gibt der Level-Name vielleicht einen Hinweis, wollte ich sagen. Großartiger Hinweis auf jeden Fall. Danke dafür. Nicht. So, und das hat ganz gut funktioniert. So, und jetzt trigger ich erst den an. Dann habe ich genug Zeit, um hier hochzufahren. Dann habe ich genug Zeit, um hier hochzufahren. Ah, das läuft ja hervorragend. So, und jetzt einfach rüber an die Wand. Ah, da muss ich ein bisschen... Ein bisschen mit mehr Gefühl rüber. Mit ein bisschen mehr Gefühl rüber. Ich darf halt nicht... Und das ist das Problem. Ich darf halt nicht... Ähm... So einen Dreher machen. Weil dann hängt er sich nicht mehr so gut an die Wand dran, glaube ich. Ne, wenn ich hier den hier mache? Ja. Oh, wow. Oh, wow. Das habe ich auch noch nicht gewusst. Ich kann immer wieder... Aha, okay. Ja, weil es praktisch das ist, was passiert. Aber er hängt sich halt nicht ran, ne? Genau, bei dem Dreher hängt er sich nicht ran. Deswegen kannst du auch nicht in der Nähe von so einer Wand... ...den Dreher hier machen. Das ist ja eigentlich der, den ich machen wollte. Ich kann zwar abspringen, das geht alles, aber ich fall dann halt. Und an die Wand hängen tut das ich nur, wenn ich das mache. Und ich wollte eigentlich so von der einen Wand ein bisschen so und dann so rüber. So, das wollte ich eigentlich. Aber ich glaube, das lässt sich so einfach nicht umsetzen. Ich muss wahrscheinlich einfach wirklich kleine Sprünge wegmachen, und kleine Sprünge weg, kleine Sprünge weg. Ich denke, so muss ich das machen. Anders werde ich da keine Chance haben. So, Trigger. 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 Und durch. So, das läuft ja eigentlich ganz gut. Ah, die sind zum Glück echt fair platziert. Also muss man sagen. Das wäre echt fair platziert alles. Ach so. Ich muss in die Röhre nochmal rein. Ich muss jede Challenge nochmal machen. Weil ich die scheiß Münzen brauche, oder was? Kriege ich da wenigstens einen Checkpoint? Ich gucke mir das jetzt erst an, was da kommt. Nennt mich dumm, aber ich gucke mir das jetzt erst an, was da kommt. Am Ende brauche ich die gar nicht, und es ist nur ein Troll. Ja, okay. Scheiße. Ah. Es ist nicht nur ein Troll. Ohne Checkpoint muss ich da komplett mehrmals durch. Es ist ja nicht schwer einzeln. Aber wie dumm ist dieses Design denn bitte? Oh, Junge. Wie gesagt, es ist ja nicht schwer. Ich schaff's ja. So, und ich denke auch, die Stacheln werde ich jetzt nicht mehr falsch machen. Höchstens, dass ich mich irgendwann vor Aufregung durch so eine Lücke nicht durchbewegen kann. Bei der letzten Münze dann oder so. Das sehe ich schon kommen. Aber auch die Sprünge hier, das ist viel zu freundlich. Das geht alles klar. Na gut, packen wir's an. Das hilft ja nix. Ah, ich kann's leider auch nicht umgehen. Es ist so dämlich, ne? Es ist so dämlich. Das könnte der kritischste werden. Ich denke, an den werde ich mich irgendwann verhaspeln. Der in der Mitte. Alles andere geht eigentlich klar. Oh Gott, das Level wird dauern. Jetzt sind die falsche Lücke gefallen. Das wär's. Das ist der Anfang. Ich weiß nicht, wie lange ich mir das noch riskieren möchte, diesen Sprung hier zu machen. Übrigens, will ich das beim letzten Mal auch noch riskieren oder gehe ich dann auf Nummer sicher, ist die Frage. So, dass ich... Wie gesagt, irgendwann werde ich die Lücke da versauen. Die Lücke da in der Mitte. Die gefällt mir überhaupt nicht. Weil das ist die einzige, wo das Womp schneller kommt. Das ist die einzige, wo das Womp schneller kommt. Ah, da bin ich kein Fan von. So, drittes muss ich jetzt erwischen. Okay. Und dann das Hinterste. Das heißt, den Teil sehen wir jetzt. Ach so! Es ist jetzt schon der letzte Sprung. Weil das nächste Mal lande ich bei den vier Swamps unten bereits. Da muss ich gar nichts mehr machen dann. Es ist jetzt zum letzten Mal schon dieser Sprung hier. Okay. So, den hier meine ich, ne? Dieser hier. Okay, ich hab's geschafft. Jetzt einfach kein Blödsinn mehr machen. Jetzt kann eigentlich nichts mehr schief gehen. So. Die Aufregung steigt halt mit jedem Mal. Die Aufregung steigt halt mit jedem Mal. So, jetzt muss ich in das vierte rein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich hasse alles. Ich hasse alles. Wie konnte das denn jetzt passieren? Wie habe ich das denn jetzt? So. Ich kann ja einfach drüber laufen. Ich weiß nicht, warum ich gerade so viel Blödsinn habe. Ich weiß nicht, wie ich das gerade versauen konnte. Ich weiß es einfach nicht. Okay. Der Kritische ist überwunden. Jetzt habe ich genug Zeit, um jede Lücke anzupeilen. Jetzt muss ich nur noch über die Stacheln kommen. Oh. Es ist noch mal aufregender gewesen. Ich kann es nicht anders beschreiben. So. Jetzt laufen wir hier einfach wieder drüber. Nein. Nein. Gott, nein. Warum? Wenn ich das noch öfter mache, sterbe ich an der Zeit. Es ist nicht mein Ernst, dass das gerade wieder passiert ist, ne? So. Einmal kann ich es mir noch leisten. Oh. Diese Lücken. So. Leck mich am Arsch. Da müsste ich doch genauso reingleiten können, wie in die anderen auch gerade, ne? Müsste doch gehen. Dürfte doch nichts schieflaufen. Was ein Level. Was ein Level. ich will nicht dass das irgendjemand spielen muss es ist einfach sinnlos das immer wieder und wieder und wieder und wieder und wieder zu machen winter wanders von war hier kommen das war nicht ganz was ich wollte aber es ging in die richtung das war nicht die richtung die ich wollte ich kann das kann das was das jetzt muss ich hier anlauf nehmen oder was danke 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 zu viel der erde das reicht leider nicht nein wie habe ich das von gemacht das gibt es doch nicht andererseits ist es doch gar nicht schwer da hoch zu kommen also so wirklich jetzt ist es jetzt ja auch nicht jetzt startet er das nicht mehr okay nein ich habe mich gesoft blockt wie doof bin ich denn manchmal aber wenn ich über den stern gehen dann löst er die nicht mehr aus da drüben ich könnte sagen okay das funktioniert dann stellt sich raus was ist der welt rekord f f f wir sind wir sind tot das war es der bat ist zu ende und nein so jetzt wie gesagt ich muss einfach nur nein jetzt ist das aber nicht mehr ausgelöst aber es ist wieder offen das heißt ich habe ein problem ist wieder hoch wenn da einmal offen ist funktioniert das dann schmeißt du mir von oben noch mal eine bombe ins gesicht dann ist es aber schon schlau hier aufzumachen allein allein schon für den fall allein schon für den fall für den fall dass ich unterfalle in die sterne dann den sprung nicht schaffen sollte so lass mich in ruhe aber man kann in die röhre rein okay will ich das ich glaube die antwort ist nein das kriegen wir nur für merkwürdige level heute komm ich dann nicht langsam hoch rein wahrscheinlich mit so nem Viech aber nice okay geh weg so also da geh ich nicht mehr rein woran bin ich jetzt hä da ist eine barriere vor der tür aber das heißt ich komme da nicht rein das heißt ich muss in diese röhre kann ich dann da auch wieder raus vielleicht ich hab's fast gedacht dass es passiert aber aber wo will ich denn dann hin ich hab noch eine andere idee so wofür ist denn das da oben ne oh das das baut auch einen stern okay jetzt nicht mehr das heißt den stern könnte ich schon vorher bekommen aber anscheinend will ich hier weiter ach das ist wasser das ist wasser das weiß doch ich nicht also wie ich da schnell hoch wenn ich im wasser bin das ist wasser das habe ich gar nicht gerafft okay ich kann das nicht auslösen ich wollte das gucken ob man das auslösen kann dann wieso wirft ihr denn in die falsche richtung jetzt auf einmal so dann gib mir den stern dann schießt er nicht mehr wenn ich nur wenn ich unten bin oder was das ist schon faszinierend okay also das ist wasser also schnell hoch und dann schiebt mich das jetzt nach oben oder was jetzt gleichzeitig steigt aber die kacke da hoch noch jetzt sind da mehrere türen muss ich das so machen dass ich mich da hoch schwinge und dadurch die blöcke umgehe kann ich das machen und das wollte ich nicht das war zu bald also nützt mir der stern hier überhaupt nix ich will einfach nur da runter und dann bin ich da ganz schnell hoch und dann schiebt er mich eh durch jetzt kommt er an der seite hoch links rechts rüber hoch runter keine ahnung wir gehen mal den anderen weg aber ich glaube nicht dass der anders ist doch der ist anders ich komme nicht durch bin ich zu doof für so oh der ist von anfang an falsch ach dann muss ich oben ah dann muss ich oben nach links ok verstanden dann kann ich da nicht durch dann ist es nicht so gedacht gewesen ok ja 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 Cu Das ist aber keine gute Level-Auswahl heute hier. Das sind Level, die man gerne lösen würde. Ja, so ist es nicht. Aber nicht in einem Expert-Wan. Super Expert-Wan. Lol. Also, dann will ich hier den Stern auslösen. Und dann hier durch. Und dann hier durch. Und mich dann hier durchschieben lassen. Da kommt ein Checkpoint! Ich muss ein Stückchen noch schneller sein. Okay. Checkpoint ist gut. Checkpoint ist gut. Bisschen noch schneller sein. Also, das sind die Winter-Olympiaden. Ich habe es mittlerweile verstanden. Das hier ist Skispringen. Dann kommt Schwimmen. Wobei, schwimmt man bei der Winter-Olympiade? Ich weiß es nicht. Eislaufen wird auf TV noch kommen. Ich glaube, man schwimmt eher nicht bei der Winter-Olympiade. Ich glaube, Schwimmen gehört nicht zum Wintersport. Oder was soll das hier sein? Das ist aber auch was anderes. Ach, die Pfeile erklären sogar, wie ich gehen muss. Lol. So, schieb mich durch. Hoch! Nice! We did it. Oh yes, we did it. So, den Stern hier könnte ich mir jederzeit holen. Da ist ja einer drin gewesen. So, welche Tür ist die richtige? Links. Ich gucke nur mal kurz, was rechts ist. Da kann ich auch rein, theoretisch. So, jetzt löst das Ding ja hier. Ach, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Okay. Das ist der gleiche Raum. Ja, aber was? Okay. Da ist die Frage, was will ich da? Will ich mir Yoshi holen und dann durch die... Hm. Warte mal. Will ich diesen Stern da auslösen? Das ist die... Aber ich komme ja nicht. Also, ich könnte mich oben einen Stern schon holen, aber ich weiß nicht. So, ich löse den hier mal aus. Ich wollte eigentlich mit Yoshi da durch, aber dann gehe ich halt ohne Yoshi da durch. Also, theoretisch könnte ich jetzt auch noch mal auslösen. Also, theoretisch könnte ich jetzt auch Yoshi dabei haben, ne? Ich will es nur kurz betonen. Okay, ich brauche kein Yoshi mehr. Ich habe einen Checkpoint. Ich wollte nicht zurück. Ich wollte nur... Das ist wieder der gleiche Raum. Das heißt, da ist Wasser und die Lava steigt. Wie komme ich denn da jetzt durch? Achso, wenn die hochfahren, kann ich die als Helm nehmen. Ach, und jetzt sind die Pfeile hierfür relevant, oder was? Sind das sonst irgendwelche Blöcke oder keine Ahnung? Ja, aber es ist ja der gleiche Raum. Vielleicht kann ich hier höher vielleicht. Oh mein Gott. Aber ich hätte wahrscheinlich das Ding mitnehmen müssen. Ja, scheiße. Ja, das Ding ist weg. Ach, und die Lava steigt ja nur bis hier hoch. Warum hetze ich mich denn ab? Ah, das habe ich mir versaut. Okay. Okay, das geht klar. Dann schieße ich die da oben kaputt. Gut. Gut, 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 gut. Dann ist das da oben Piathlon, oder was? Unnötiger Tod. Unnötiger Tod. Komplett unnötiger Tod. Ah. Okay, Abflug. Keine Ahnung, sind da irgendwelche Blöcke, wenn ich das nicht so mache? Nö. Völlig egal. Check ich nicht. Egal. So, sobald wir hier durch sind, haben wir es ja schon geschafft. Zack. Jetzt kann uns die Lava schon nichts mehr. Das heißt, ich kann jetzt, äh, das ganz gechillt angehen. Habe ich wieder nicht nachgedacht. Ich habe ja vorhin schon gesehen, dass die Lava nicht weiter steigen, ne? Also, hier finns das was. Wir kommen heute im Anschlag auf. Bis zum nächsten Mal. Sommat ist das. Es ist jetzt wieder Pickle-Pipe. Gut, ich kann so oder so wir beide raussuchen. Nehmen wir halt die obere. Ah, es wäre wahrscheinlich egal gewesen. Okay. Boah, wir haben das Level geschafft. Es ist ja unglaublich. Ich glaube, wir haben sogar einen neuen Rekord, oder? Sechs Minuten hat es jetzt nicht gedauert. Nach dem Checkpoint. Ja. Ich dachte erst, es ist ein Troll-Level, aber es ist kein Troll-Level. Es wirkte ein wenig wie eins, aber es war keins. Es war cool. Es war cool. So. Ein Level noch. Dann haben wir uns einen Rekord eingeholt, aber noch nicht geschafft. Oh Gott, eine Bedingung. Das heißt schon mal keine Checkpoints. Feder? Okay, 100 Münzen sammeln. Wir legen erstmal nach oben. Okay, da ist schon mal nix. Das war nicht, was ich wollte. Die Coins würde ich schon gerne mitnehmen. So ist es nicht. Ah, die sind aber halt auch echt nicht gut. Oh, da ist ein... Ach, du Scheiß. Ich muss da jeweils durchkommen. Zeit für die Flugkünste rauszupacken. Mein auf der Höhe halten kann ich mich, so das ist nicht das Problem. Oh Gott, das war ja super einfach. Warum ist das bei Super Expert? Oh yes. Mehr davon. Mehr davon. Viel mehr davon. Das war ja super easy. Ein Level noch, dann haben wir den neuen Rekord. Let's go. The Pau Speed One. Das klingt nicht gut. Ah, Mama. Ah, ich muss den hochwerfen. Cool. Aber er ist nicht lang. 20 Sekunden. 20 Sekunden Pau Speed One. Ah, unten rum. Oh je. Die Frage ist, habe ich 13 Leben Zeit, bis ich den gelernt habe? Ah. Mist. Zu langsam. Aber dann sind schon 13 Sekunden rum. Also viel bleibt ja nicht mehr übrig. Was man noch machen muss. F. Wahrscheinlich muss ich den auch mitnehmen, der da runterfällt. F. Ich bin zu langsam. Erwisch ich den Pau nicht, oder ist es anders gedacht, als ich es mache? Ah, so nehme ich den mit. Okay, und der Sprung ist kritisch. Aua. Schmeiße ich fast den einmal hier um. Ich nehme den Pau erst auf dem Rückweg mit. Ja, das funktioniert. Und dann hier... Oh, der Sprung ist kritisch. Wie mache ich den denn? Ich stoße mir über den Kopf oben an. Ich muss einen kleineren Sprung ansetzen, oder so? Fragezeichen. Okay. Ja, okay, verstanden. Da geht er dann da drüben ran. Oh, das ist... Es ist noch sechs Leben Zeit, um den Rekord zu brechen. Let's go. Okay. Okay. Nein! Oh, noch einmal werfen. Dann sind es acht Sekunden und dann da oben wahrscheinlich hochwerfen. Oh Gott, es wird knapp. Oh Gott, es wird knapp. Hä? Wo bin ich jetzt gestorben? Scheiße, vier Leben. Schaffen wir nicht. Da oben ist noch zu viel, was ich noch nicht kenne. Da ist noch zu viel, was ich noch nicht kenne. Nein! Ich habe ihn zu bald geworfen. Verdammt. Nein! So niedrig. Zwei Leben. Oh, das war knapp. Okay. Okay. Okay, wir sehen noch mal den hier. Nein! Da wird die Tür. Da ist die Tür. Da ist die Tür. Die Frage ist, was kommt nach der Tür? Ach, alle leben in dem Level verbraten. Schade. Ah, und dann kommt das hier. Ach, ärgerlich. Wieder nicht besser geworden. Aber das Level gucken wir uns noch an. Das sieht nicht so schwierig aus. Das ist machbar. Nein, dieser Sprung. Ah, dieser Sprung. Ah, dieser Sprung. Ah, gibt's noch nicht. Ne, pff. Da springe ich halt noch eher. Okay, jetzt sollten wir es bis zur Tür schaffen. Wenn ich halt nicht daneben werfe. Ah. Ah, dieser Sprung. Wenn man jetzt noch nach oben drücken würde, wenn man an der Tür ist, wäre das ein großer Erfolg. Oh, was? Dieses, dieses Ende immer. Mit diesem Warten nochmal. Aber wir hätten es mit ein paar Leben mehr etwas geschafft. Schade. Schade, schade, schade. Der Rekord reizt mich aber gerade. 19266. Genau so macht man das. Nein. Nach oben. Nach oben. Mann. Na, oh, ich hasse es. Gib mir den verdammten Schnellstartknopf. Mann. Jedes Mal. Level neu starten ist so ein Schmarren. Nein, sobald. Ach, ich hasse alles. Alles. Nichts. Nehm. 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 Tr Ciao. Wow, das hatten wir auch noch nicht. Das muss ein bisschen schneller gewesen sein. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Yes! Okay. Ah! Was für drei Level waren das denn bitte? Ach nee, das war das Fluglevel. Das war sogar ganz cool. Das war auch cool. I don't know what this is. Ach komm, so schlimm war es doch gar nicht. Aber das hier. Nee, Mann. Nee, Mann. Echt nicht. So, danke fürs Zuschauen. Und ja. Tschüss. Das bleibt mir nicht zu sagen. Das ist nur ein bisschen. Vielen Dank. Das ist nur ein bisschen.